Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy Part Nr. 21! Ohne die geht absolut gar nichts. Die sind fast so gut wie die Goldsterne, nur sind sie eben Silber und nicht so gut. Okay, wo waren die denn alle? Okay, da sind welche auf dem Baum und ja, das wird unschön, weil da weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo alle sind. Na egal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Ich glaube an mich. Und ihr glaubt auch an mich. Das finde ich super. Döööööööööööööööööööööööö den ersten Silberstern, der wartet schon auf Mario. Der Silberstern, nach egal. Blöde Musik! Kann ich ja einfach nicht. Kann ich da hochklettern? Hochklettern? Nicht? Ooooooh. In Sunshine warst du so, warst gegenüber, so, Palmenklettern und so warst du viel offener gegenüber Mario. Warst du nur aus dir geworden? Du warst mal so cool und jetzt bist du einfach ein Langweiler. Früher warst du cool. Also, ne, finde ich echt, finde ich scheiße von ihm. Okay, komme ich dann so auf die Insel noch rüber? Oh, das sollte ich schaffen. Ich bin ja ein geskillter Bienenflieger, Mann. Okay, da muss ich jetzt nicht auf die Palme hoch, würde ich mal behaupten. Und hier seht ihr auch schon den Secret-Stern. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, weil ich für den eh zu wenig Sternteile habe. Also ignorieren wir ihn einfach mal ganz dezent und gekonnt. So, auf zur nächsten Insel. Moment, 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 das kriege ich nochmal schöner hin. Und los. Ja, sehr schön. Es klappt doch wunderbar und da ist schon der nächste Silberstern. Das ist dann schon Nummer zwei von fünf. Ja, könnte klappen, würde ich mal meinen. Das könnte gut gehen. Muss nicht, aber es kann. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo noch einer ist. Dann fehlen nur noch zwei. Yeah. Wunderschön. Und du, freu dich mal nicht so. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit jetzt. Doc. So. Geht. Na, kommst du mit? Mhm. Mh. Mh. Super, Bean Mario. Du kannst keine Kuppapanzer aufheben. Ich bin stolz auf dich. Auf ins Wasser mit dir. Aber jetzt will ich den Kuppapanzer mitnehmen. Jetzt meine ich es ernst. Komm mal mit. Du trampeltier, du. Sehr schön. So muss das sein. Aber ich glaube, dass hinten nur Sternteile drin waren, oder? Ich weiß aber nicht mehr. Da ist Sternteile. Hurra. Das war es wert. Okay, dann fehlen mir doch noch drei. Dann weiß ich jetzt nicht, wo der dritte ist. Ja, so ist es. Ab hier habe ich jetzt keine Ahnung mehr, wo die weiterhin sind, die Sterne. Okay, das war cool. Benutzen wir mal diese dezent platzierten Blöcke hier, um hoch zu gehen. Ah, ich sehe schon den nächsten. Na doch, ich glaube, das könnte ich noch alles zusammenbekommen. Und. Sehr schön. Zwei Stück. Immer hin. Immer hin. Und rüber da. Hurra. Komplett zurück an den Anfang. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Dafür bin ich ja schließlich auch soweit vorgeflogen, damit ich wieder zurück zum Anfang komme. Naja, so war das. Das war mein Plan von Anfang an. Ich finde es auch sehr schön, wie hier einfach alles runter geht. Einfach komplett abgeschnitten. Okay, wo versteckt ihr euch hier silbernen Sternchen? Okay, da ist eine Biene. Also ein Bienenpilz. Bienen sind hier eigentlich weniger unterwegs. Und dafür spinnen. Ih. Ihr widerlichen Viecher, ihr widert mich an. Und nichts. Okay. Äh. 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 Okay. Moment mal. Achso, da komme ich hoch. Aha. Ich glaube, ich verstehe. Du Kackviech. Geh mir aus dem Weg. Wo? Wo sind denn die nächsten Sterne? Die warten doch schon auf mich. Ähm. Okay. Was macht ihr hier? Hängt ihr ein bisschen rum? Hahaha. Sie hängen wirklich rum. Oh Gott. Ja, total lustig. Ähm. Wie komme ich denn jetzt zu dem Spaß rüber? Kann ich auf das riesige Eider fliegen? Nein, ich glaube... Oh. Oh. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Was sehe ich denn da unten? Ist da etwa auch ein Sternchen irgendwo? Ein Sternchen? Irgendwo? Für mich? Bitte? Nicht. Äh. Kann ich das drehen? Ja. Mir ist schon klar. Ah. Ich glaube, ich weiß, wie ich da rüberkomme. Ab jetzt ist mir alles klar. Was bringt denn der Stern? Klär mich auf. Aha. Ich höre mich zum Kapitän. Nö, ich will da jetzt rüber. Rüber. Hui. Schön. Ich würde mich raten, hier bekomme ich nur einen silbernen Stern. Das wäre natürlich optimal, würde ich mal meinen, weil dann fehlt mir noch einer. Das ist uncool. Mach scheiße auf die Noten. Dieses Mal nicht. Ohne mich. Okay, jetzt kann ich wieder zurück. Hurra. Verdammt, wo ist der letzte Silberstern? Ich würde aber mal spontan behaupten, dass der sich irgendwo auf dem Baum noch versteckt. Oder hier? Ist hier irgendwo ein Stern? Oh Gott, ich fall da gleich runter. Oh Gott, oh Gott. Du geh mir mal aus dem Weg, du Hai. Fisch. Du. Bist gar kein Fisch. Du bist ein Wal. Naja. Unwichtige Details. Nochmal. Nochmal. Ui. Okay. Fuck. Nochmal, habe ich gesagt. Und. Ja. Nein. Alter. Du übertreibst es gerade Mario. Und ich mag es nicht, wenn es jemand übertreibt. Ich kann als Typ da gar nicht drücken. Oh, ich brauche die Biene dafür. Oh, Leute. Aber wo ist denn da der Stern? Ich sehe keinen. Wo versteckt sich der beschissene letzte Stern? Ähm. Unter Wasser vielleicht? Oder da oben? Da oben vielleicht. Moment. Da will ich jetzt hin. Folge mir, Panzer. Folge mir, unauffällig. Unauffälliger. Danke. So. Schwimmen wir. Da, 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 da. Die Sterne folgen mir natürlich. Sie sind so getreu und silber. Nein. Sie sind so treu, wie sie silber sind. Also ziemlich treu. Ich meine, seht euch das mal an. Sie tanzen. Ach. Ist das schön. Ähm. Da links. Da. Ne. Da muss ich den Luma. Ne. Das ist doch eine Kanone. Plack. Perfekt. Dann weiß ich, wo der letzte Silberstern ist. Aber wie gesagt. Das ist eine etwas längere Mission. Aber eine schöne Mission. Und. Zack. So sagst es Mario. Du sagst es. So wird es natürlich nichts. So auch natürlich nicht. So. Hooray. Und jetzt muss ich wieder ganz hoch zu dem alten Mann oder was? Nein, ich muss zu meinem Startpunkt wieder zurück. Okay, das kriege ich hin. Oh Gott. Lass mich nicht ins Weltraum. Ins Weltraum. Genau. Ins Weltraum hinaustreiben. Das ist uncool. Und. Back. Das war schön. Was für ein Spaß. Hahaha. Was haben wir uns amüsiert. Äh. Stern. Die Stern. Stern. No. Der ist da vorne erst. Na. Egal. Ne. Oh Gott. Oh Gott. Wisst ihr wie das jetzt hätte schief gehen können im schlimmsten Fall? Hätte ich jetzt sterben können? Hätte ich den ganzen Scheiß nochmal neu sammeln müssen. Und das will doch niemand. Oder? Willst du das? Nein, ich denke nicht. Falls doch. Schäme dich. Arsch. Sowas wünscht man niemanden. Niemanden. Sag ich. Und wenn ich das sage, dann stimmt das auch. Und kabum. Und Stern. Ein Stern mehr. Und wieder eine Galaxie halbwegs komplett. Also von den Hauptmissionen her. Ja, ja. Sterne erhalten. Huley. Wie schön. Für uns alle. In welche Galaxie gehe ich denn jetzt als nichts? Das Herbst oder das Spielzeug? Ich glaube, ich mache die Herbstgalaxie. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ach, den Gomelluma habe ich gar nicht besucht. Wie viele Sternteile möchte der denn verspeisen? Das könnte ich jetzt auch mal gleich schauen. Gomelluma. Wie viele Sterne willst du? Steht denn der? Ach, der ist da oben irgendwo. Ne, da gehe ich jetzt nicht hin. Ne, sehe ich gar nicht ein. Ne. Keine Lust. Nö. Nö. Nein. Auf keinen Sinn. Schön, dass wir das auch geklärt hätten. Äh. Ja, Herbstwald. Herbstwald ist cool. Und? Wusch. Herzklopf Waldweg. Herzklopf Waldweg. Was hast du für mich? Du hast... Ja. Ach, die Mission. Die war auch ganz cool. Oh, ein Bossgegner. Oh, wie episch. Wie episch, episch. Starte ich jetzt gleich hier oben? Nein, natürlich nicht. Das war ja zu einfach. Döp, döp. Döp, 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 döp. Döp, döp. Döp, 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 döp. Okay, als normaler Mario bin ich auch zu fett für die Blumen. Dann hätten wir das auch mal geklärt. Ganz spontan. Ja, super. Wo werde ich denn zur Biene? Wer lässt mich zur Biene mit... Oh. Funden. Ähm, wie komme ich da jetzt ran? Ich glaube, so schon mal nicht. Nee, das wird nichts. Ähm. Das heißt, ich benutze einen kleinen Schleichweg und dann hole ich mir die volle Bienenpower. Das volle Paket. Döp, döp. Döp, 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 döp. Oh Gott. Nee, ich glaube, auf den Regenwolken kann ich landen. Ja, genau. Auf den kann ich landen. Ich darf sie nur von unten nicht berühren, weil Wasser ist ja nicht so unbedingt der beste Freund von dem Bienenmario, wie ihr vielleicht wisst. Okay, und rauf da. Sehr schön. Die hält mich. Okay, ich würde sagen, wir sind auf dem mysteriösen Gerüst gelandet. Ja, genau. Mach doch mal, Mario. Mach mal dein Ding. Du machst das schon. Du machst das gut. Oh, ihr bewegt euch. Oh, ho, ho, ho. Wie diabolisch seid ihr denn? Döp, 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 döp. Döp, döp. Döp, 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 döp. Oh, ha, ha. Das nenne ich eine Abkürzung. Und ich hoffe ihr auch, weil das war eine, sei mal ehrlich, es war abgekürzt. Man kann sich ja anders sagen. Und hui, okay. 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 Hier muss ich dann, glaube ich, genau, hier muss ich Deckung suchen. Deckung. Nein, Regen erwische mich nicht. Du bekommst auch was von meinem köstlichen Honig. Hier, nimm den Honig. Nimm ihn. Lecker, lecker, lecker. Der Idiot kriegst du nichts von meinem Honig. Ja. Wie diabolisch. Okay, das sieht auch ganz gut aus, soweit. Wo gehe ich dann weiter? So, ich glaube, ich springe mal auf dich drauf, liebes Wölkchen. Oh Gott. Und alles ist Wölkchen. Da gibt es kein Problemchen mehr. Das sage ich euch. Geht es wirklich nicht. Und. Block. Ja, das hat sehr viel gebracht, aber es reicht. Es reicht. Hooray. Blob. Oh, eine Ranke. Natürlich. Ranken wachsen ja üblicherweise immer aus Felsen raus, nachdem man sie kaputt gemacht hat. Boss Time. Ein sehr unnäpischer Boss. Kann ich euch gleich schon mal prophezeien. Also, ich gehe hier rüber. Und dann bin ich da drüben. Dann aktiviere ich den Schalter. Okay, dann fahren die Teile hoch und dann, genau, muss ich ihm auf sein Köpfchen springen. Weil ich natürlich ein super diabolischer Bienen-Mario bin, schaffe ich das auch. Ich meine, ich bin voll diabolisch. Seht euch mal an. Bienen-Power. Okay, und auf einmal bin ich jetzt hier. Wie auch immer. Und wieso auch immer. Okay, das gibt noch einen Treffer, mein Freund. Das gibt noch einen. Haha. Ach, ein leichter Bosskampf. Ein sehr... Fuck. Nein, 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 nein. Au. Uncool. Uncool. Nein, egal. Auf ein neues. Weil seine Wassertroffen jetzt für mich als Nicht-Biene-Mario nicht so gefährlich sind, wie sie für die Biene sind, weil ich meine... Oh nein, ne... Oh Gott, der feiert aber echt ganz schön viel. Na ja, was soll's krieg ich hin? Das schaffe ich. Fuck. Fuck. Ich schaffe es doch nicht. Ja. Da habe ich wohl zu große... Zu große Töne gespuckt, würde ich mal meinen. Na gut, auf ein neues. Los, hoch da. Hoch, 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 hoch. Hoch, yay. Okay, ich glaube, ich werde ihn jetzt beim... Äh, beim ersten Teil, weil es oben ist, nur einmal erwischen. Weil damit ich dann beim dritten nicht nochmal zum Schaltteil gehen muss, weil das ist dann ziemlich katastrophal. Wenn ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ach, ihr werdet's gleich sehen. Blob. Okay. So, so komme ich auch viel besser voran. Auch gut zu wissen. Und, plopp. Das gefällt dir nicht, du Arsch. Auf zum Schalter. Okay, hier ist kein Schalter. Na, ähm... Das tut ja gar nicht weh. Okay, aber jetzt. So, und, pam. Aber auch ein interessanter Bosskampf, der, ähm, das Einzige, das einem Schaden zufügen kann, sind die blöden Stacheln. Ach, du Scheiße. Okay, so, jetzt geht's aufs Mall, mein Freund. Auf die Fresse. Halt die Fresse. Und, pam. Das war Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2. Und, pau. Ja, du bist down, mein Freund. Natürlich muss man alles dreimal erwischen. Das ist ganz üblich für ein Mario-Spiel. Alles andere wäre vollkommen schwachsinnig. Das wäre es wirklich. Okay, wunderschön. Whoopi-du. Nein. Alter, ich dachte, ich sterbe jetzt noch. Das wäre der größte, ärgerliche Müll, der mir überhaupt passieren kann. Sterne halten. Das wäre wirklich uncool. Aber es ist ja nicht passiert. Aber es war knapp. Ich fordere mein Glück aber auch immer heraus. mit meinen super, mega Weitsprüngen. Aber die sind auch so cool. Und so schnell. Bing. Yay, Sternteile. Speichern. Auf jeden Fall. Yay. Okay, Leute. Das war's mit diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Da werden wir dann wahrscheinlich gegen Bosa kämpfen. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.